Ich trinke solidarisch mit euch mit. Warte, ich muss noch trinken. Ich nehm den Batscher. Okay, dann kann ich jetzt noch eins schenken dabei. Ich seh's schon, komm, ich trinke jetzt einfach eine Woche lang nichts mehr. Ich trinke morgen wieder Sau, wie beim Morgen ne Abschiedsfeier. Alter, wo spawnen wir denn hier bitte? Tami, hier oben. Nehmen wir aber dann bitte eine andere Map, ich find die irgendwie erschreckend. Na, die Map finde ich auch ein bisschen doof. Tami, 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 du musst da hoch springen, fahr einfach da, dann hier drauf und ein bisschen hoch. Warte, dass man die Menschen hier nicht untersuchen kann. Sollen wir jetzt einfach hier oben stehen bleiben? Ja. Wär's geil. Ich. Mein erstes Mal. Das hast du schon mal nen Titel für die Folge. Sein erstes Mal. Er kommt hier hoch. Das ist ohne Probleme. Jo, Ben. Er kommt hier nicht hoch. Doch, kommt er. Da drüben. Da drüben, Jocky. Da drüben, rechts. Ja und? Hör auf. Jetzt kommt er nicht mehr hoch. Doch, das Kraftfeld geht weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jocky renn! Was denn? Ich komm da hoch. Ich war da vorhin immer. Ich bin runter gefallen. Wie töte ich jemanden eigentlich? Einfach klicken. Welche Taste? Äh. Rechtsklick. Da steht einfach Schlingen. Rechtsklick. 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 Das ist so ein Psychospiel, dieses Spiel, ne? Ja, weil man auch die ganze Zeit Schritte hört. Fuck, 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 fuck. Ich kann nicht mehr laufen. Hab ich jemanden? Nein. Ich hab grad jemanden getötet, aber das war aber schon nicht nur ein Leck von mir. Ja, ja, la. Sam ist gleich wieder da, kann ich diesem la 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 entnehmen. Ich glaub, die Wachenbrenze die ganze Zeit gegen einen Schwank. Ja, die Schnauze. Jocky mag das, äh, Aki mag das halt oder Jocky? Ich weiß nicht gerade, ich hab nicht zugehört. Warum kann ich sie nicht öffnen? I don't knuff that. I don't care. I love it. I love it. Ich weiß, wo er ist. Ja, ja. Ja, ja. Jockel. Ja? Schalt mir. Nee, wir haben das auf sie alleine gestellt. Dann, das finde ich falsch abgewogen. Ja. Ich bin wieder in der Lobby. Oh Gott, das ist schwer als Geist. Das ist vor allem der Batscher, der kann kaum laufen. Yo. Ich bin wieder da. Aber das Spiel geht noch nicht los. Ja, wir sind noch in einer Runde drin, deswegen. Ja, ja, ja. Na, bye. Oh Gott, das wird so eine Mistrunde für mir. Ich sehe euch die ganze Zeit, ob ich erwische euch nicht, weil ich zu langsam bin. Dafür kannst du uns ja durch die Wände sehen. Oh, weinert Sprudel, wenn man ihn schüttelt. Ja, Jockel. Easy. Ja, das war ein Doppelter. Ich hab's gewusst. Doppelter. Okay, erinnert mich dran, dass ich ihm gleich zwei aufschreib. Du kannst nur da lang rennen, wenn du von Dugir kommst. Das wusste ich einfach. Da sehe ich gar keinen von euch mehr. Ne, doch nicht mal auf die Wand und so. Geist, verschlinge alle Menschen, bevor die Zeit abläuft. Verwendet er verbesserte Sinne, um Menschen aufzuspüren. Fange sie mit Unsichtbarkeit an den Sprint und mit Doppelsprin. Okay, ich glaube... Kriegst mich nicht mehr. Doch, ich bin neben dir. Und... Jetzt. Wenn ich sprücken könnte, würde ich noch jemanden erwischen. Okay, trinken muss... Leo, ich war kurz hinter dir. Ich war in dem Schach. Du hättest mich da wahrscheinlich noch nicht gefunden. Wo ist der Rundschach freigeschaltet? Ja doch, ich hab dich gesehen. Okay, na dann. Okay, Jockel muss zwei trinken. Das sind Jockels Ersten. Also Jockel. Okay, wer noch? Wer musst du noch? Ah ja, Kotzi muss auch noch. Ich trink mit, weil ich nichts besseres zu tun habe. Die halbe Flasche ist schon mal leer. Bier, Bier oder... Bier ist bei mir schon das erste leer. Ich komm zwischendurch gar nicht dazu zu trinken. Äh, wie kann ich denn so Special Sachen einsetzen? Was zum Beispiel... Ah! Da... R und... Also mit R und mit der linken Maustaste... Also mit R kannst du diese Bubbel machen und mit der linken Maustaste... Ah, okay. Genau. Oh Gott, ich stehe. Da muss ich weg. Da muss ich weg. Wo? Achso, da. Wir sind alle hier oben gespawnt. Oh, er hat das Baby! Wer ist das? Wer ist der Geist? Ach, Aki ist der Geist. Aki... 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 Shit. Ja, mein Schwein. Ich glaube mein Schweinpfeifer. Ähm... I think mein Pico ist jetzt. Ach, da unten ist er! Ich höre ihn tapsen. Ich höre ihn auch tapsen. Ich höre ihn auch tapsen, aber ich bin in der Lobby. Ich höre ihn auch tapsen, aber ich bin in der Lobby. Oh Gott, der ist hinter mir! Meine Maus ist weg. Was kann das Baby? Es ist nur kleiner, oder? Ja. Und sieht halt mega creepy aus. Ja, das stimmt. Aber... Ja gut, ich hätte wirklich von einem Kind mehr Angst als vor einem Metzger. Der kommt jetzt gleich hier hoch. Wenn ich ein Kind verfolge, dann... Hä? Sam, du bewegst dich bei mir nicht. Du stehst da die ganze Zeit? Das ist wahrscheinlich ein Lockvogel. Ja, ich... Womit setzt man den Jockvogel? Wuh, Schall, gib was! Womit setzt man den Lockvogel? Flash to eat... Fleisch to est... Wie setzt man den... Also warte mal. Lebe ich in der Runde. E! Das muss ich mal mitbringen. E. Mit dem G. Also mit G. Ja, mit G. Ja, mit G. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, der... Ah, dann habe ich vorhin so ein Ding aufgefressen. Der Geist ist ziemlich auf dem Holzweg, glaube ich. Also ist auf einem Holzweg... Ich sehe davon jemanden. Wer ist das? Wie hängt davon ab? Ah, Sam ist da. Hi Sam. Nicht nur Sam. Der Geist ist ja mega scheiße. Mensch, ist ja gut. Wo ist denn der Geist? Ich sehe ihn nicht mehr mehr. Bei mir ist übrigens ein Bug. Mal wird Kotzi als Kotzi angezeigt und mal wird er als Jockel angezeigt. Nice. Aber vielleicht haben wir den gleichen Skin. Ja, das auch. Aber ihr habt immer einen anderen Namen. Ihr steht immer in der gleichen Position und dann... Bleib mal stehen, Leo. Ich will mal deinen Arsch nach... Oh, ach. Warte, warte, warte. Der ist etwas flach. Wohl nicht mal. Guck dir ihn an. Ich will eine F5-Sicht haben. Ich will mir das... Aber die Haare, wenn die ich so cool färben könnte, das wäre nice. Alter, ich hab dir meine Haare noch nicht gezeigt, wie die jetzt aussehen, ne? Nee. In Zeiten von Minecraft wird die Third-Person-Sicht nicht mehr als Third-Person-Sicht, sondern als F5-Sicht angepriesen. Boah, ich kann auch hier stehen sehen. Warte, warte, warte. Ähm. Hä? Äh, wo ist der geistigst? Du irrst da grad rum, oder? Guck doch mal mit dem, äh, Ding ins. Ja, es tut mir nicht, aber ich hab grad Lex, bis zum geht nicht mehr. Ja, du hast hundert, äh, hundert und pink und hundert. Insel. Äh. Leo schaut schon wieder den Nuller-Pink. Nee, weil ich den, äh, Host hab, bin ich null. Ich seh nicht, ich seh, ich seh auf den Kameras seh ich ihn nicht. Ich auch nicht. Das niegt jemand rum. Der ist aber hier direkt unter uns irgendwo. Sicher? Ja. Ich kann read. Ja, der ist irgendwo hier unten, aber ich seh ihn auch nicht. Ich hab Aki verarscht. Der ist da unten, genau unter uns grade. Nee, ist er nicht unter mir. Nein, der ist da auch. Ich seh ihn, der lag mega rum. Ja. Wo denn? Ich hör ihn, aber ich seh ihn nicht. Der ist grade beim Ofen gewesen. Okay. Ja, lebst du auch noch. Du stehst bei mir hier oben, ich beschütz dich. Ja. Das ist der Mensa. Ja. Was ist da, was ist da in der Mitte? Was ist da tot? Was ist da tot? Ja, jetzt normalisierst du nicht mehr ping oder wie? Perfekte Zeit. Wir können für deinen ping doch nicht. Ich hab auch einen 108. Oha, aber was habt ihr alle? Was habt ihr alle für einen ping? Also. Nehmen wir jetzt eine andere Map. Ja, bitte. Ich guck grade mal, welche Skins ist noch. Boah! Ich nehm, ich nehm Welli. Der ist einfach voll geil. Guckt euch den mal an. Der ist richtig geil. Ja. Den nehm ich. Ich bin immer noch Becky. So, wir spielen jetzt in... Sollen wir mal in Dead Silence spielen? Ja. Ich kenn keine von dem Map. Das ist glaub ich die Hauptmap. Dead Silence. Wie lange wollen wir eigentlich noch aufnehmen? Wie lange nehmen wir noch aufnehmen? Wie lange nehmen wir noch aufnehmen? Oh ne Weile. Okay. Hast du schon Angst Jocki oder wie? Nee, nee. Weil ich muss morgen. Ich muss morgen 9 wieder in die Arbeit. Ich hab morgen auch frei. 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 Wir haben grade mal 9 Uhr, ja? Was, was jammerst du? Ja Jocki. Weil ich noch Schüler bin. Weil ich ein Schüler bin. Okay. Jocki, du musst noch annehmen, ne? Ja, 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 ja. Ah, hab ich doch noch? Oder nicht? Also. Okay, Ben. Ich bin ein Schüler bin. Ja, ja, ja. Ich glaub Sam hat jetzt schon zu viel. Ja, das kann sein. Jo, er lebt noch. Er lebt noch. Der singt da bayerische Lieder. Das geht doch nicht. Nee, Mann. Oh, nee. Bayern ist besser als Österreich. Halt die Schnauze. Oh, ja. Oh, dieser Patriotismus schon wieder. Ach, hier schon wieder geil. Hier gibt es die besten Geheimverstecke drin. Bayern. Bayern ist immer das besser als Österreich. Was ist los mit hier? Vor allen Dingen, da Bayern noch nicht mehr ein Land ist und Österreich schon. Österreich ist sogar ein Staat. Ja, Bayern ist von der Größe und gehört fast zu groß wie Österreich. Ne, Freistaat Bayern und so, ne? Ja, du. Ja, ich hab ihn gehört. Wo er spawnt ja eigentlich der Geist. Ich war grad beim Spawn von Geist. Ich hab ihn gehört, wo er spawnt. Der Geist ist frei. Boah, die Map ist aber groß. Die sind alle eigentlich relativ groß. Ja, aber die kommen jetzt größer. Doch, hell. Boah, was machst du da? Ich komm da nicht rein. Das ist zu fett. Ne, der Typ da, ich bin. Hallo? Welli ist voll dürr, ja? ich wollte mir den wein anschauen ganz genauso gut singen wie ich danke schön ist gar nicht nämlich gar nicht warte komm mal komm mal komm mal ja ich weiss du kannst dann aufstehen will ich aber nicht hast du die tür wieder zu oma? natürlich warte mir ist jemand oh hoi bleib hier einfach hier Aki ist da was ist Aki schon wieder geil? ja klar das tut er voll sorry oma ich kann nicht auf die tafel ok ich hoffe AAAAAH ich glaube ich habe Aki zumindest abgehört ja ach kotzy ist auch verschlungen nein ich habe es schien nicht ja wie lustig das aussieht ok jetzt ist er auch dran oh die arme pflanze war voll dörr habt ihr die gerade gesehen? Leo du bist weg irgendwie wie bin ich weg? ich bin nicht weg ja wir sind eins über uns Ada ich habe ich sehe Leo tschüss easy wen habe ich getötet? ah Sam hi ich lieg jetzt in Führung ne Aki von dem getöteten das ist mir so egal hauptsache Aki gewinnt da kann ihm doch egal sein ohpala da kann ihm doch dann egal sein wer wie viel verschlungen hat komm ich muss dann noch eine Minute überleben nein ich habe sie ich bin hinter dir ich auch ich bin hinter dir nein ja hinter ihr bringt euch nichts vor ihr ist das einzig wahre wieso kann ich jetzt in diesem Moment nicht missblüten nein man drei getötet fuck ich hätte das fast gewonnen ja alle außer Aki ja